Die Beschaffung von Neu- und Ersatzteilen lässt sich mit den Easy Supplier Integration Services ESIS schnell und zuverlässig erledigen. Über ein einheitliches Linkschema werden die relevanten Daten aus Ihrem System an das Lieferantensystem übergeben. Dort können Sie ein Komplettprodukt oder Ersatzteile mit wenigen Klicks auswählen. Mit wenigen Klicks können Sie die Komponente auswählen, anfragen oder bestellen. Je nachdem, ob Sie bestellen oder anfragen, erhalten Sie automatisch eine Bestellbestätigung oder ein Angebot als PDF mit zugehöriger XML-Datei. Die XML-Datei steht für den automatisierten Import in Ihr System zur Verfügung, während Sie das PDF-Dokument für die weitere Verwendung abspeichern können. ESIS – eine gemeinsame Initiative von SEW EuroDrive, Festo und See.